Bitte einmal süß-sauer mit, ähm, ein bisschen Ketchup. Ja, Ketchup passt sehr gut dazu. Nee, natürlich, hier gibt's jetzt gerade nichts zum Essen, denn wir haben eine Aufgabe vor uns. Denn wir spielen wieder Sleeping Dogs und ich bin so eurer MC Muffix. Im letzten Part haben wir Hotshot, einen Rennfahrer, ähm, ins Gefängnis gebracht, nachdem er Ace getötet hat. Ja, ja, diese illegalen Straßenrennen. Aber es müssen nicht nur Straßenrennen sein, wo Leute sterben, es können natürlich auch Hochzeiten sein. Besonders, wenn da irgendeine merkwürdige Bande einfach kommt und diese dann einfach hier Winston und Peggy tötet. Und ja, wir machen jetzt die Aufgabe Mrs. True's Rache, Mrs. True's Winston's Mom und die wird sicher nicht glücklich sein darüber. Okay, starten wir. I know it's no consolation, but I gotta look at one of the gunmen from the wedding. Now I will find him, and I'll make him tell me who's responsible. Oh, er hat die Wand ausgeschaltet, die wir da platziert haben. Rufen Sie Ricky an, um Johnny's Nummer zu halten, okay? Johnny Ratface, find ich. Johnny Ratface, find ich. Verstehe ich, das ist richtig? Johnny Ratface heißt also gar nichts damit zu tun. Er würde ihn einfach nur ausliefern da. Ähm... Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Okay. Ja, das schaden. Arsch. Komm, wo ist jemand? Da. Ordnung. Okay. Hey, ist das, ist das Johnny? Ja. Um, ein Freund sende mich zu dir. Er arbeitet mit vielen Filmstern. Know what I mean? So? So, ich habe ein Problem. Er hat gesagt, du kannst mir helfen. Ich bin busy. Wait, 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 bitte. Ich trage Diamonds. Down in Central. Mein Partner hat mit all unserer Stock. Und nachdem die Autos schauen, er wird halbwegs nach Shanghai. Ich werde sie nicht zurück. Diamonds, huh? All I need is someone to recover them. Got you, fucker. Johnny! Wo bist du? Oh, du liebst, Baby, ich promise! Are you insane? Think about the money we'll make. This is our future, you and me. Fuck you, asshole! I'm not taking off my clothes for you or anyone else. Asshole. Find Johnny Redfries? Oh, er den finden wir gerne. Und wir sagen ihm sogar Halle. Move it along! Move, bitch! What do you think this is? Zack. Oh, ich weiß, was wir mit dir machen. Nein, komm, komm, komm. Ich muss jetzt... Äh... Komm, komm, komm. Kann man das machen? Ja! In den Hafen! Und der... Beim, doch mal wieder! Was machen wir mit dir? Oh! 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 Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Das... hat... weh getan. Wow! Mit einem Kombi hier... äh... drei Leute ausgestattet. Nicht schlecht. Du kennst noch die Mädchen aus der Ban-Ban-Kruppe? Ja! Warum? Zack! Oh, der hat ein Messer, der hat ein Messer. Auf den müssen wir aufpassen. Komm damit schnell hoch. Ach, scheiße. Oh, das Boot müssen wir wahrscheinlich danach nehmen. Okay. Aber davor schalken wir natürlich mal die Leute hier aus. Uh! Hat hier ein kleines Messer? Das hat weh getan, glaube ich. Und was das auch weh tut? Weil man nicht schwimmen kann! Bye bye, mein Kleiner! Okay, mit Johnny Redface... Rie... Besonders Rie... Hey! Du! Du gehst mich! Hey! 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 You, go! Komm, 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 jump doch rüber! Ich geh dir kein blödes, ja! Okay, komm, wo ist der? Hey! Warum hält der? So merkwür ich die Knarre? Ich weiß es nicht. Okay, nachladen. Und zu Johnny Red's Face durchschlagen. Sollte kein Problem, man kann wieder durchnehmen, kann man nicht. Sind da welche? Nee. Sind da welche? Ja! Okay, natürlich machen wir das mal wieder stylisch. Zack. 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 Zack, 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 zack. Warte, ich hab mir eine andere Waffe gesehen. Die würde ich gerne aufnehmen. Was? Was denn da macht der immer? Das will ich machen. Geht doch, jetzt hier. So gehört sich das. Fällt mir auf! Das ist diese Mission, die sie immer in den Trailern und so gesagt haben. Schnell in Deckung. Zack. So macht man das auf. John Wu hat. Ah, da oben gammelt hier einer. Kann man das kaputt schießen? Ja, kann man. Okay, wo sind die noch welche? Ach, da ist ja eine. Hast du schön deine Deckung gesucht. Muss ich dir lassen. Der da oben lebt ja noch. Ja, okay, komm, 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 komm. Versteck dich nicht so. Geht doch. Hey, wenn die Leute sich nicht mehr so verstecken würden, wäre das alles viel leichter. Ja. Tschüss. Tschüss. Schaut er hier aber noch ab. Ah, er ist echt ein Rattengesicht. Oh. Boah, ey, Mann. Die Verfolgungsjagden sind ja geil. Boah, was explodiert da? Oh. 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 Schönen Jump. Ihr macht keinen Jump. Ihr macht was Cooleres. Wir erledigen, wie die da drin sind. Oh. 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 even admit they even know you fuck you I'm not going to tell you nothing you don't have to someone else will ask questions well fuck him too oh das soll aber mrs. Toons Gesichter oh ich freue mich auf die Katze in dir jetzt kommt ich freue mich auf die Katze in dir jetzt kommt ich freue mich drauf jetzt freue ich mich drauf jetzt freue ich mich drauf ah mrs. Chu hallo Johnny the rat face meet mrs. Chu winston's mother Osama I don't know what this guy told you I don't know what you're talking about you crazy old bitch please wait 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 don't leave me here she's fucking crazy okay okay I'll tell you anything you want to know just please don't ich finde schön dass wer hier rausgegangen ist ich glaube die Sera nicht überstanden okay ein Level Up sogar ah verdammt kein Polizei Level Up aber immer ein 1 bei den Trian okay was kann man schönes machen wir haben die Wahl zwischen Nahkampf Waffenresistenz der Spieler erledigt weniger äh erleitet weniger Schaden durch Nahkampf Waffen und Nahkampf Sprint Angriffe schaltet die Oh Mrs. Chu Also Sollte mir irgendwas geschnappt werden Irgendwie äh und das Ratter entarrt werden Und die uns zu Mrs. Chu bringen sollen Wir machen selbst Mut sofort Keine Frage Ich will nicht zu Mrs. Chu Okay Der nächste Aufgabe hier Der neue Boss We gotta do something about this man Shut the fuck up Jackie We gotta think You gotta think Hey calm down Hey calm down Hey calm down Shut up Both of you Winston's gone Right now We gotta stick together We just can't let the 18k get away with this We just can't let the 18k get away with this What makes you so sure was 18k We all saw them They were definitely 18k Even stupid Jackie knows that You ever think maybe they were just trying to look like 18k Look we've had a few skirmishes with them lately But nothing major It doesn't make sense that they would do something this big Who do you think it was? I don't know But I'm gonna find out Ahem And who the fuck are you? I'm here for Mr. Lee I take it you've heard of Big Smile Lee He's another Sun On Ye boss Red Bull just like Winston Okay what can we do for Mr. Lee? He has decided that for the time being you may continue your operations in this area But the percentage previously paid to Winston will now go to Mr. Lee That's an interesting proposition But I have a counter offer from Mr. Lee I'd appreciate if you relay this back to him word for word Can you do that? You tell Mr. Lee that his people stay the fuck out of our territory And in return we'll let him live I don't think you'll find that offer to his liking I think you'll find that I don't give a fuck You see our guest out make sure he doesn't get lost You'll regret this I promise you that You'll regret this I promise you that Ah she's alive To EMT again Okay Oh fast I see her shot here Okay I don't know about this Oh Schade Hä die Szene er hat er mit ihm mit Max Fan Da gab es auch so ne Szene wo man im Club war und Das da gemacht hat Was ist der letzte? Nehmen, Feiglinge. Was zur Le? Schaut euch das an! Er geht einfach aus der Deckung. Bleibt doch! Verdammt noch mal in der Deckung. Komm, weiter mit dir los. Man steht da, den ich mir gleich noch nie. Oh, 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 oh! Shit! Wer will f**k? Du hast immer! F**K! Buttergang rüberbriefen, naja, hoffen wir mal, dass er leert. Ey, Mann! Das heißt, ein anderer Red Paul hat Vincent angegriffen. Fuck, dammit! Fuck, shit! Fuck! Jacky! Get the car! Get the car! Get the car! Okay, dann kann man halt hier's hinzuschießen. Erstmal hier die Waffe gleich wieder aufnehmen. Kann das Auto nicht irgendwie kaputt schließen? Weiß was? Du kannst ja nicht überraschen, oder? Er ist nicht so gut. Du kannst ja nicht überraschen. Du kannst ja nicht überraschen. Du kannst ja nicht um... Du hast den Maschmlerkabend. ...undrücken și ORCH! Die DAS Okay. Oh, nein, 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 nein. Was zur Hölle macht ihr da? Das machen wir. Ich muss sagen, dass er sich diese Deadview verstecken kann. Du für einer. Ey, Mann. Okay. Weg und weg. Da ist da noch ein Gammler. Ich sehe keinen mehr. Wer kommt weg? Wer kommt weg? Oh, das verhindern wir gerne. Ah, wie können wir schießen? Ah, wie können wir schießen? Das gefällt mir mal. Ich liebe solche Passagen. So hört sich das. Kommt. Kommt. Was? Ich habe gedacht, die stehen jetzt echt noch hier. Ah, another one. So macht man den. Aber ich verstehe nicht, wenn sie, warum haben, wenn sie Winzen angegriffen, haben sie dann auch Mr. Po angegriffen. Das verstehe ich nicht so ganz. Wenn ich das Fahrzeug beschädige, mich richtig beschädigen. Kommt. Kommt. Mal die Eilmann-Penner. Kaum auf den Fahrer. Oh, da hinten noch ein Auto geflogen. Ach, verdammt, der Fahrer sitzt ja links. Scheiße, Verkehr. Okay, eines ist noch da, zwei sind noch da. Eines weniger. Und gleich noch einer weniger. Jo, ey, die Passage macht mir Spaß. Halt eine schöne Mohren-Sequenz, aber Mohren-Sequenz mit cooler Action. Das werden wir nicht. Den sollten wir eigentlich auch zumindest nicht zubringen. Oh, wissen wir, dass der Ponyteller ist? Egal. Ah, Brun, kann ich da nicht kurz beten? Ah. Okay. Oh, geil, 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 geil. Hey, der glaubt doch selber nicht, dass er entkommen kann. Komm. Boah, Angsthase, ganz ehrlich. Warum haben wir keine Waffe? Da können wir jetzt ins Bein schießen und dann wird's vorbei. Ja, 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 weh. Komm. Bleib hier, kleiner. Bleib hier, kleiner. Move, move. Du kommst nicht weg. Du kommst nicht weg. Ey, Mann. Und wenn Mr. Shu dich bekommt, dann wird das doch was mit dem Rattenhaini, da passiert es, die reinste Kuh sein. Ich sag's dir. Ja, du wirst hier schlägern. Gut, komm. Er schlägt mir aber einiges mehr drauf zu haben, als die normalen Gangs. Doch, wir können ihn packen, das ist gut. Komm, komm, komm. Und das war's von dir, Penner. Tell you, Bowser, say the fuck out of my territory. Fuck you, eh? This is the end of this. Damn it. Oh oh, den Kopf, den Kopf. Oh shit, just what I needed. Ah, geil. Okay. Dann sollten wir möglichst schnell uns hier... Oh oh, höre ich dich da schon. Get in, get in! Möglich schnell sollen wir abhauen. Oh, komm, 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 einsteigen. Oh. Who the fuck are you guys? Change your tongue, Shen. Miss Yang is a red pole. And she just saved your life. Miss Yang? Broken nose Yang? My apologies, Madame Red Pole. So why'd you bring me out here? I have heard a lot about you, Wei Shen. Ha, I will get to the point. You must realize that you cannot stand against Big Smile Lee alone. That's what everyone tells me. Roland Ho said I'd need other bosses to support me. Indeed. Na, I believe in harmony, balance, peace. And I don't mind spilling a little blood to achieve it. With Uncle Po in the hospital, there's much uncertainty in the son Onyi. If he recovers, we will both be stable and strong. But if he dies? The 18K presents a very real threat. We cannot afford to appear weak. We will need to elect a new chairman quickly. You, for instance. Ah. Big Smile Lee represents a step backwards for the son Onyi. Why continue to force girls into prostitution and pornography when there are other, less archaic, more profitable ways for us to make money? I have very different ideas about our future. I want to take the son Onyi forward. But it would be unwise even for me to stand against Big Smile Lee unaided. Which brings me to you. Na, we both appear to have the same problem, Wei Shen. And the opportunity to benefit, if we work together. So it seems. I have my own reasons for hating Big Smile Lee's operation. Now if you stand against him, you can count on me. Good. We will talk soon. So, Talaha. Wei Shen. Damit haben wir einen mächtigen Verbündeten auf unserer Seite. Ein anderer Red Pole. Okay, wieder am Polizeilevel ab. Das ist gut. Okay, wir haben die Wahl zwischen Rückschuss, Kompensator, Schusswaffen haben einen etwas geringen Rückschuss. Ach, wie langweilig. Kommen Sie am Fahrzeug, werden Sie von der Polizei verfolgen, sinkt Waste-Rückstufe. Und das machen wir dann mal. Ist auch nicht so spannend. Aber naja. Jackie, irgendein Wichser namens Ness zockt mich im Top Glamour. Brauch Hilfe. Ness, den kennen wir doch. Wie lange haben wir noch Zeit? Ach, komm, ich würde sagen, die Mission mache ich jetzt noch. Haben wir hier mal richtig viel Story in einem Part gemacht. Lose's Ende. Ach, das klingt doch so gut. Ach, amüsieren. Oh, aber ey. Ein anderer Red Pole von der Seite ist schon mal nicht schlecht. Und alleine gegen Big Smile haben wir... Eigentlich hat es Winston herausgefunden, dass das keine gute Idee ist. Aber zusammen haben wir vielleicht eine Chance gegen ihn. Ich glaube, ich habe mich festgefahren, doch nicht. Und mit ihm haben wir vielleicht eine Chance, ihm so dermaßen den Arsch zu versorgen, dass nicht mal mehr Mrs. True was mit ihm anfangen kann. Wow, ich habe jetzt echt Angst vor Mrs. True. Hoffentlich findet die niemals raus, dass wir in der Rotte sind. Aber jetzt bewegen wir uns hier schon in richtigem Rumpenkreis. Ich meine, wenn ihr Underbreath-Poles, also wirklich wichtige Leute uns hier schon kennen. Echt beeindruckend, gell? In so kurzer Zeit haben wir richtig viel erreicht. Und ich würde sagen, wir helfen jetzt unserem Freund Jackie mal ein wenig aus der Patsche. Komm, fahr da runter, mein Kleiner. Gut, sieht aber voll viel cool aus mit der Haltung hier. Das gefällt mir. Okay. Was war da? Oder weiter, weiter, was war das? Was war das da? Oder irgendwas Volk ist? Egal. Kein Bock, das jetzt zu machen. Ich werde schauen, was das für eine Mission ist. Hopp. Habe die Hü hier. Hoffentlich können wir mal hier mal wieder was richtig Gutes, was Schönes machen. Und nicht hier die gerade eben, die Mission, die war ja verkackt. Die vorige Mission war jetzt auch nicht so das Wahre. Ja, Vince ist gestorben. Peggy ist gestorben, war jetzt nicht so der Burner. Und die Polizeimission, wo Ace gestorben ist, war jetzt auch nicht so das Wahre. Eigentlich gibt es gar keine schöne Mission. Okay, da fällt mir ein. Da hinten ist ein Brunnen. Oh, an den erinnere ich mich. Ja, denn genau hier waren wir, als wir die Drogenfirma überfallen haben, die nicht Dogger-Eye gehört hat, sondern Big Smiley. Und das war wahrscheinlich der Grund, dass er Winston angegriffen hat. Aber ich checke gar nicht über... Der könnte auch zu den Insanern gehen. Wie kann er es da wagen, bitte Onkel Po anzugreifen? Verstehe ich nicht. Ey, der verkriegt den Rücken auf die Blonze. Okay, fangen wir mit der Mission an. Losen. Das ist ein Arscheret. Das ist ein Arscheret. Top Glamour Import abliefern Okay, dann sollten wir es aber nicht zu sehr beschädigen Oh, wenn das Bike gefällt Muss ich es nicht behalten? Boah, ist das schlecht Oh Sicher, dass wir es nicht irgendwie behalten können Ähm Die paar Flecken beim Lack Und die paar Bollen, die waren schon davor da, oder? Oder? Ja, ganz klar Okay, dann liefern wir es ab Ha, als würden die es einfach so annehmen Ich wette, das wird niemals so leicht Zur Werf gehen Ich wette, das wird sogar sehr viel schwerer als wir denken Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es einfach zurücknehmen Ach, Jackie, ganz ehrlich Alles muss way immer für dich regeln Sollt mal hier lernen, auf sich alleine aufzupassen Ganz ehrlich, wir sind ja nicht seine Mutter Er bräuchte seine Mutter wie Mrs. Schuh Wie immer alle, die er nicht mag, zu Kleinteilen macht Oh, okay, mit Waffen Oh, okay, mit Waffen Kein Problem, würde ich sagen Danke, Slow-Mos Ach, warum gibt es Slow-Mos nicht auf dem Echtleben Wird alles viel leichter machen Ah, 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 ah Oder auch mich Okay, dann sollten wir uns überwahlen Scheiße, 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 scheiße Ah, wohne schon wieder klar drauf Ja, super Wo soll ich jetzt hin? Wir würden niemals auf uns schießen, wenn wir ihn haben, oder? Hey, Ado, warum schießen die auf uns? Wir haben hier eh'n Kumpel dabei Obwohl, ich dachte, wir sind hier eh'n Kumpel Tja, da musst du aber erst mal aus unserem Griff rauskommen Ich glaube, das wirst du nicht so leicht schaffen Na, was in den Kofferraum nehmen, was? You're gonna regret this Okay, irgendein Auto, wo ich die Reifen nicht zu schlossen habe Dann nehme ich über das Auto rein Haha, expedient natürlich was Okay, da rein Ja, ja, ja Das ist genug Hallo Er ist still alive! Nicht, wenn du nicht weißt, wie du siehst! Komm, in den Kofferraum Ja, komm, tu ihn doch rein Mit ein wenig Feingefühl geht alles Mit ein wenig Und mit ein paar verrückten Jungs hier auf uns schießen Geht das nicht so leicht So macht man das Ah, okay, so vielleicht nicht Inspektor Tengah rufen Inspektor, ich bin einer von Ihren Fohlen, ich bin der Kofferraum Ja, er braucht ihn gleich jetzt Ja, er braucht ihn gleich jetzt So, entweder du machst ihn disappear, oder ich bringe ihn zurück Und er ist so undercover Polzister Ähm Das kommt irgendwie nicht so gut an Fällt mir gerade so auf Oh, die haben auf die Rache zu schlossen, die Penne Ähm Weil er ist ja auch ein Spitzel Und wenn wir ihn jetzt töten, natürlich kommt es nicht so gut an bei den Polzisten Aber wenn wir ihn da jetzt abgeben Dann weiß er ja, dass wir auch undercover Polzisten Kann man es nicht so machen, dass es wie ein Unfall aussieht Boah, könnt ihr mich nicht aus dem Ding machen? Habe ich ja zwei kaputt, der Reifen hat ein bisschen wie schwer es ist damit zu fahren Blöde Okay, dann sehen wir mal wie Teng das ist Hey, did we stop? Let me out of you I fucking shit myself Fucker Hey, let me out of you, you fucker My people are gonna cut you into pieces, you hear me? Hey, you hear me, you fucker No, no Here's your guy Hope you still want him But I don't want this coming back to bite me in the ass I'll take care of it Where he's going, he won't be in a position to tell anyone anything Hey, I can hear you What the fuck are you doing out there? Open the fucking truck, will you Hey, show the lady some respect Ich habe das Gefühl, das wird uns irgendwann mal einholen Ha, ich glaub das war keine gute Entscheidung, mir leben zu lassen, ehrlich Okay, ich würde sagen Wir essen jetzt noch ein paar Curryfischbällchen You have to Now take some, thanks Excellent, you'll see, these things work wonderful Dann haben wir einen neuen Fall und den letzten Killers Mission Hört sich beides nicht allzu nettern, aber wir werden das machen Aber erst im nächsten Part von Let's Play Sleeping Dogs Bis dann, euer MC Mafics, ciao